Ich bin in meinem Beispielkurs BSP Grundbildung. Bisher verwende ich nur das digitale Kurstagebuch. Das möchte ich jetzt erweitern, weil meine Teilnehmenden gesagt haben, wir möchten gern mit dir und mit unseren Mitteilnehmenden im Kurs diskutieren. Das kann zum Beispiel durchaus auch sein, dass das Fragen zu Videos sind oder Fragen zu Links, wie muss ich die Hausaufgaben erledigen oder ähnliches. Der erste Schritt ist der folgende. Ich muss dieses Forum grundsätzlich freischalten. Als Moderator eines Kurses könnt ihr diese Funktion grundsätzlich aktivieren und deaktivieren. Ihr geht auf Administration, dann öffnet sich hier im mittleren Bereich so ein größeres Fenster, das Administrationsfenster, geht dort auf Basisrechte. Und ihr könnt hier sehr schön sehen, dass eigentlich alle Funktionen deaktiviert sind. Es gibt tatsächlich nur die Pinnwand. Und jetzt sage ich, ich möchte das Forum hinzufügen. Sage Speichern. Und wie ihr seht, ist nichts passiert. Ihr erinnert euch an gestern. Ich aktualisiere einmal das Browserfenster. Und schon ist das Forum da. Ich sehe gerade, ich habe das Forum schon verwendet. In einem anderen Zusammenhang. Deshalb gibt es dort schon entsprechende Einträge. Wichtig ist noch das Folgende. Wir haben jetzt das Forum eingerichtet. Hier, es ist verfügbar. Wenn eure Teilnehmenden in diesem Forum auch schreiben sollen, müssen wir an dieser Stelle eventuell die Rechte anpassen. Da müssen wir mal schauen. Ihr als Administratoren des Kurses habt grundsätzlich volle Rechte. Ihr dürft eigene Beiträge verfassen und ändern. Und ihr dürft natürlich auch eigene Beiträge, also die Beiträge eurer Mitglieder, der Teilnehmer, ändern und auch löschen. Hier unten in der Mitgliederliste gibt es so einen kleinen, harten Mitgliedsrechte. Dort wollen wir mal einen Blick drauf werfen. Und hier könnt ihr sehen, dass der Teilnehmer Horst Polomka Schreibrechte im Forum hat. Das heißt, er darf Beiträge verfassen. Er darf nur eigene Beiträge verfassen, ändern und löschen. Keine fremden. Das darf nur der Administrator. Aktiv bedeutet, dass der Teilnehmer die Nutzerfunktion sieht, aber nichts verfassen kann. Das macht nicht wirklich Sinn, zumindest bei Nutzerfunktionen, die eine gewisse Interaktion, bei denen eine Interaktion erwünscht ist. Schreibrechte im Forum und grundsätzlich Schreibrechte auf der PIN-Band. Das ist okay. Das speichere ich jetzt mal. So, jetzt habe ich das Forum eingerichtet. Ich logge mich jetzt noch einmal in einem neuen Fenster als Horst Polomka Teilnehmer ein. Dort ist mein Benutzername etwas kryptisch. Mein Passwort. Und ihr könnt das sehen. Ich hatte euch das gesagt. Ich kann das hier oben erkennen. TN. Ich bin Teilnehmer. Ich gehe auf meinen Kurs. Grundsätzlich, nach dem Login, seid ihr immer auf eurem Schreibtisch. Ich gehe auf meine Kurse, klicke dieses sogenannte Dropdown-Menü an und gehe in meinen Kurs Grundbildung. Und ihr seht, hier habe ich jetzt ein Forum. Und dadurch, dass ich Schreibrechte habe, kann ich zwar keinen neuen Diskussionsstrang erstellen. Darüber haben wir gestern schon einmal kurz gesprochen. Den Diskussionsstrang erstellt bitte nur der Moderator. Aber ich kann Fragen zum Rechnen kommentieren. Ich sage dann, ich kann rechnen. Und gehe auf Vorschau. Das Zitat einfügen ist an dieser Stelle absolut unwichtig. Da könnte man dann noch externe Quellen einfügen. Das braucht man üblicherweise nicht. Zitat einfügen kann ignoriert werden. Ich gehe auf Vorschau. Ich sehe meinen Beitrag, wie er dargestellt werden wird. Und ich gehe auf Veröffentlichen. Und dann seht ihr hier direkt, dass es zu meiner Frage stellen sich hier Fragen zum Rechnen. Meine Antwort gibt, ich kann rechnen. Dann schließe ich das. Und ihr seht, hier gibt es einen Kommentar. Und wenn ich das Pluszeichen öffne, kann ich auch sehen, dass ich mir selbst geantwortet habe. Das ist die grundsätzliche Funktionalität im Forum. Ich gehe jetzt einmal zurück. Ich bin hier. gerade Teilnehmer. Ich gehe zurück auf Kursleiter. Und hier sehe ich jetzt natürlich auch, dass Horst Polonka Teilnehmer einen Beitrag verfasst hat. Ich kann rechnen, den ich verändern und gegebenenfalls auch löschen kann. Und ihr seht, nur der Administrator hat diesen Hinweis, einen Diskussionsstrang eröffnen. Das stelle ich grundsätzlich an dieser Stelle ein, Einstellung. Da sage ich, es werden alle Diskussionsstränge angezeigt. Das macht durchaus auch Sinn. Aber nur Teilnehmende mit Adminrechten können neue Diskussionsstränge eröffnen. Dann sieht das nämlich so aus, dass ich als Kursleiter hier meinen Diskussionsstrang eröffnen kann. Ich wechsle wieder die Ansicht auf Teilnehmer, dass ich als Teilnehmer das aber nicht habe. Und das ist die Idee, wie grundsätzlich ein Forum eingerichtet wird. Und das ist die Idee,